Ja, Sie hören es, wir haben Zuwachs bekommen, musikalischen Zuwachs im Studio. Ich darf Ihnen zwei außergewöhnliche junge Musiker vorstellen, und zwar die beiden Schlagwerker Raphael Auer und Samuel Pforzscheller von der Landesmusikschule Kufstein. Sie haben heuer den Jugendmusikwettbewerb Prima La Musica gewonnen und großer Höhepunkt war dann natürlich das Konzert im Wiener Konzerthaus. Raphael, wie können wir uns das vorstellen, wie war das in Wien für euch? Ja, es war cool. Also, vor so viel Publikum zu spielen, vor tausend Leuten, es war ziemlich eine tolle Erfahrung. Wie haben denn die Leute, tausend Menschen, immerhin auf euch reagiert, Samuel? Ja, das Publikum war sichtlich begeistert, wir haben einen großen Applaus gekriegt und auch beim Wettbewerb selber, die Jury war ziemlich begeistert von uns. Sie haben fast keine negativen Kritikpunkte gefunden und so haben wir uns dann auch den ersten Preis bundesweit verdient. Absolut, wir gratulieren herzlich. Und was ist jetzt irgendwie das nächste große Ziel, Raphael, in eurer Musikerkarriere? Ja, im Moment müssen wir in die Schule gehen, also so viel Zeit ist da nicht. In zwei Jahren ist wieder der Bundeswettbewerb für Ensembles und da wollen wir wieder als Duo spielen. Da seid ihr wieder dabei und jetzt seid ihr hier bei uns, weil wir wollen natürlich auch etwas hören von euch. Ihr spielt zu uns das Stück Wood Structures. Ich wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung zu Hause, alles Liebe, bis morgen, auf Wiedersehen. Und los geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020